Unbinary erscheint heute Abend für 14,99 Euro im Quest-Store und in diesem Video bekommt ihr neben meinem ersten Eindruck auch die Möglichkeit, dieses Game zu gewinnen. Ihr nehmt am Gewinnspiel teil, indem ihr diesem Video ein Däumchen nach oben gebt und am Ende des Videos in die Kommentare schreibt, wie euch denn Unbinary gefällt. Interessiert ihr euch für weitere Ersteindrücke zu allen Games auf der Quest? Dann schaut mal in diese Infokarte, da habe ich euch Videos zu allen Games alphabetisch sortiert, so dass ihr euch immer einen perfekten Eindruck verschaffen könnt, bevor ihr das nächste Mal Geld im Quest-Store ausgebt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Unbinary. Oh, das ist laut. Ah gut, ich habe auch die maximale Lautstärke an. Okay, oh. Oh, da mache ich nochmal einen Ticken leiser tatsächlich. Ja, erstmal, es ist abgefahren gemacht. Gucken wir schnell in die Options. Language, wichtig, 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 komm, komm, komm. Portugese und Englisch. Spricht, ah, Deutsch, Untertitel Deutsch, ja, das ist doch schon mal was. Aber zumindest Deutsch und Vorlieben. Ähm, was, ähm. Ah, okay, Bewegung, Vignette. Also ihr habt auch Komfortoptionen. So, wir haben jetzt mal die stehende Variante genommen. Unsere Vorliebe ist stehend. So, und jetzt können wir ein neues Spiel machen. Hallo. Ja, man hat irgendwie so den Eindruck, dass die Hände ein Stückchen weiter vor dem Controller sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll. Was soll denn dieser enttäuschte Unterton? Ich bin der autonome Agent. Integrity Test, das schlingt nach Tutorial. Die einzige Aufgabe ist es nicht zu vermasseln. Das klingt so leicht und schwierig. Boah, ist das. Es ist nicht so schwer, selbst für jemanden wie dich. Systemfließe sind mehr als unmöglich, zu passieren. Ich will nicht, dass du dich beschädigen, aber dieser Test ist ein totaler Verlust von Zeit. Hm. Ach, gibt's nur Teleport? Sekunde mal. Das ist aber nicht meine Vorliebe. Ich habe dann Bewegung kontinuierlich. Ach so, dann kriegen wir wahrscheinlich gleich die kontinuierliche Bewegung noch. Ach hier, so geht's. So. Start Tests immediately. Ich kann nicht warten, dass das übernommen wird. Erstens, kreie ein Test-Environment. Okay, let's go. Let's go. By the way, my name is Webby. Hallo, Webby. Die Grafik, das ist ja schon cool. Also, es ist im Prinzip, als wäre man in einem Comic irgendwie. Wir können uns gerade noch nicht bewegen. Okay, ich will mich frei bewegen. Wir sollen jetzt einfach nur da hinkommen. Hm. Du benötigst einen Ausweis. Okay, wo ist denn dann der Ausweis? Hier scheint nichts zu sein. Wo ist unser neuer Freund? Ach da. Hallo. Hallo. Ja. Wir müssen mir eine Identität geben. Das geht immer noch nicht, ne? Nichts getan. Ach da, guck mal. Okay. Das funktioniert jetzt. Aber ganz ehrlich, was, was... Ist das jetzt ein Rätselschmiel oder was? Swipe rüber. Okay, Moment, kann ich... Das Spiel noch nicht so richtig einschätzen. Scheint mir so ein... Rätsel-Game zu sein. Es geht mir, ich weiß ich nicht. So, das können wir auf jeden Fall schon mal. Das heißt, das werden wir auch können. Also, die Elemente von gerade so ein bisschen verbunden. Dann ist die rund. Ach, guck mal, da können wir jetzt rüber laufen. Okay. So, da kommen wir nicht dran, weil das... Das ist hier irgendwie verschlossen oder so. So, wo können wir denn hin? Also, ich muss euch mal sagen, was mir jetzt hier gerade auffällt. Das ist jetzt nicht mega dramatisch, aber bei Smooth Locomotion, also hier Teleport funktioniert super, ne? Aber bei Smooth Locomotion, ich drücke jetzt nach vorne und er läuft nicht. Ich drücke jetzt nach vorne und er läuft nicht. Wenn ich ein Stück zurücklaufe, ja, ein Stück... Also, das ist ein bisschen hakelig. Also, jetzt, wenn man einfach nach vorne drückt, läuft er nirgendwo hin. Wenn ich ein Stück nach vorne und dann quasi in einem rumdrücke, dann kann ich Smooth Locomotion machen. Aber ich weiß nicht, warum, wenn ich einfach nach vorne drücke, geht das nicht. Ihr müsst immer so ein bisschen hier so den... Also, guck mal, ich drücke nach... Ich drücke, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich drücke nach vorne, er läuft nicht. Aber wenn ich nach hinten drücke und dann den so an der Seite hochkreise und dann nach vorne läuft, dann funktioniert's. Das ist aber... Ist im Prinzip eine Kleinigkeit, aber das muss auf jeden Fall noch behoben werden, weil das echt unkomfortabel ist. Ach, guck mal hier, Keycard. Okay, das ist nicht. Okay. Oh. Ach, das ist mal runtergefallen. Okay, da müssen wir jetzt uns rüber teleportieren, okay. Hallo. Okay, guck mal, da sind wir schon mit der nächsten Herausforderung fertig. Wir haben jetzt so eine Keycard gefunden als nächstes Element. Success. Die Tests werden jetzt diversifiziert. Sehr gut. Der ist gesperrt. Ja. Let's try something new. Hier ist irgendwie ein Zettel dran. Hier ist eine Keycard, okay. Mit der können wir dann sicherlich hier vorne ran. Dann geht das auf. Mal gucken. Da können wir gleich hochklettern. Also, ich kann es nicht mehr so ein bisschen mehr vertreten. Und ich kann es nicht mehr so ein bisschen mehr haben. Okay. Oh. Da geht es nicht hoch. Wie ist das hier? Ah, guck mal, da ist ein Hebel. Hau an, geht jetzt hier auch die Tür auf. Ja, okay. Guck mal, hier sind wir dann. Uns zu reichen. Und was, uns zu reichen? Müssen wir hier noch mehr lösen, oder was? Okay. Was soll immer das heiß? Nächster Test. Ladezeiten übrigens sehr kurz, finde ich. Jetzt gerade wieder. I'm starting to get pissed. Okay, da gibt es nur ein paar Tests. Also, try not to do anything stupid. Oh, hier kann man hoch. Ich gehe aus der Kamera. Hallo. Warum macht ihr uns nicht? Blah, 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 blah. Hier. Predisposition to acts of violence. Alert the authorities. Suspect subject over here. Okay. Wir neigen zu Gewalttaten, deswegen mag er unsere... Come on. I was just kidding. My database says this is the appropriate humor among humans. Isn't it? Dann gehen wir mal runter. Was hat denn jetzt gerade der Charter? Oh, okay. Okay. Mäßiges Versagen? Wieso habe ich denn Fehler gemacht? Hätte ich mich da von dem Typen nicht erwischen lassen dürfen, oder was? Achso, warte mal, wir dürfen... Das ist sehr schade. Sorry about this. Wir dürfen keine Fehler machen. Okay. Oh nein, es wird nicht funktionieren. Nicht mit dieser Identität, ich meine. Wurden wir denn hier schon die andere Identität her? War das... Ja, okay, gut dann. Okay, dann war hier halt drüber. So. Ne, dann geht das hier auch nicht mit der Identität, ne? Ne. Ach, guck mal, da ist jetzt der Schalter. So. Okay, also das Level von gerade, aber mit ein paar anderen Rätseln. Also bis jetzt noch nicht so richtig fordern ist das noch nicht, ne? Okay. Okay. So, dann müssen wir jetzt hier die... ne Kiste nehmen. Nehmen wir direkt noch ne zweite mit. Oh, was hat die Physik gesagt? Die Physik sagt hier in diesem Spiel gar nichts dazu. Okay, es ist so ein Hindernis-Parcours-Escape. Ey. Was ist der denn? Das war nicht cool, du weißt. Seid nicht so offensichtlich. Er schreit mit dir. Es ist nur eine Schöne. Stopp! Okay. Oh, wie hätten wir das, wie hätten wir das selbst machen können? Das ist es. Wir sind fertig. Der Test wurde verletzt. Artificial Intelligence, disqualifiziert. Was bedeutet, disqualifiziert? Das ist so der Moment, wo man sich fragt, ist das denn jetzt hier gescriptet? Haben wir was falsch gemacht? Okay, Testsequenz geschlossen. Behurige. Also, die Untertitel, die sind in Deutsch jetzt echt nicht sehr toll. Das ist teilweise nicht richtig übersetzt. Oder echt mit Fehlern. Da wird die Deaktivierung sofort sein. Das ist wirklich ein bisschen einfaches. Das ist wirklich ein bisschen einfaches. Ja. Ja. Ach, guck mal hier. Andere Identität. Jetzt mag der uns. Ja, jetzt mag der uns. Also. Ah, guck mal hier. Hallo. Da sind wir hergekommen. Hier können wir nicht lang. Was ist hier hinten? Ach, das ist der Raum, wo wir dann von außen nicht reingekommen sind. Gehen wir halt hier lang, klar. Aber das wird dann immer noch nicht funktionieren. Von der Seite. Ja, natürlich nicht. Und da brauchen wir eine Keycard für. Das wird hier auch nicht funktionieren. Ja, das wird doch nicht. Wir haben doch nicht den Pastel. Warum geht das denn jetzt hier? Ist mal ernsthaft. Warum gehen das die ganze Zeit nicht und hier geht's? Um was hat das überhaupt gewirkt? Okay. Das geht hier dann immer noch nicht, ne? Ach doch, das geht jetzt. Aber musst du uns da vorne im System irgendwie einlesen lassen oder was? Okay. Hallo. Winkel dem Bot zu. Danke schön. Im Moment werden die Rätsel noch nicht so ganz konsistent. Wir sind dann so ein bisschen auf das Wohlwollen von den Bots angewiesen. Beispielsweise. So, und jetzt? Ach, warte mal, da vorne ist ein... Ach, warte mal. Oder können wir den jetzt immer zuwinken? Warte mal. Vielleicht hat der jetzt die Keycard. Ah, okay. Gut. Das folgt dann natürlich wieder einer gewissen, einer gewissen Konsistenz, sag ich mal, dass man den zuwinken kann. Kann man dann einfach mal probieren und dann kriegt man irgendwie was. Lauf doch vorwärts. Lauf doch vorwärts. So. So, und da sind wir durch. Es wird jetzt immer ein bisschen komplexer. Es kommen neue Elemente dazu. Und, ähm, ja, ich bin gespannt. Guck mal, da habt ihr beispielsweise ein neues Rätsel. Und da, ne, wo ihr dann euch in jedem Level so ein bisschen durchfuchsen müsst. Und ich denke, das reicht jetzt hier, damit ihr einen guten Eindruck bekommt. Und im Moment scheint es mir, ja, ganz okay zu sein. Es kostet ja auch in Anführungsstrichen nur 14,99. Und wenn, warum hält die denn nicht mal die Klappe? Ich muss sagen, für 14,99 ist das ein Titel, wo ich mir vorstellen kann, es hängt natürlich auch ein Ticken davon ab, wie umfangreich das Spiel ist. Aber wo ich grundsätzlich schon sagen kann, ich halte den Preis eher für angemessen. Und, ähm, ja, die Rätsel sind jetzt noch nicht so bockschwer. Ich gehe davon aus, dass es jetzt immer einen Ticken schwieriger wird und ihr dann auch immer mehr, ähm, ja, komplexere Rätsel lösen müsst. Wie gesagt, ich habe jetzt überhaupt gar keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Aber wahrscheinlich, ähm, lässt es sich dann mit Logik wieder ganz gut lösen. Ach guck mal, da fliegt ein Bällchen rüber. Ja, und jetzt bin ich gespannt, von euch zu lesen. Schreibt mir, ach, ne. Schreibt mir doch in die Kommentare. Durch euren Kommentar sagt ihr mir nicht nur, wie euch Urbanary gefällt, sondern ihr nehmt auch am Gewinnspiel teil. Es gibt einen Kiez zu gewinnen und die Auslosung ist am kommenden Sonntag im Livestream hier in der Zockstube. Ähm, Sonntagnachmittags ist immer die Zeit oder beziehungsweise Sonntagsabends für Livestreams hier. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und dort bekommt ihr eben auch die Möglichkeit, dann zu erfahren, ob ihr dieses Game gewonnen habt. Um teilzunehmen, kommentiert ihr dieses Video und lasst ein Däumchen oben da. Und wenn ihr am Gewinnspiel nicht teilnehmen wollt, mir aber zeigen wollt, dass euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Wollt ihr wissen, wie eure Quest noch besser macht, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials hinterlegt. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Tschau Leute! Tschau Leute! Tschau Leute! Tschau Leute!